Liebe Volleyballteams und Vereine, dieses Jahr können wir leider nicht mit unserer WePlay Fitting Tour bei euch persönlich vorbeikommen. Wir haben uns aber trotzdem etwas überlegt, wie all eure Vereinsmitglieder nochmal vor der Saison kräftig sparen können. Und so geht's? Schreibt uns einfach eine Mail an teamatweplayvolleyball.de und wir machen mit euch einen zweiwöchigen Aktionszeitraum aus, in dem all eure Vereinsmitglieder mindestens 25% auf aktuelle Volleyballschuhe als auch auf Knieschoner sparen können. Wir freuen uns auf eure Anfrage. Anmelden könnt ihr euch bis zum 15. September. Alle Infos findet ihr noch bei uns im Shop. Bis zum nächsten Mal.